Ellen Ten Damme ist eine niederländische Schauspielerin, Musikerin und Sängerin. Leben Ellen Ten Damme wuchs in Roden, einer Gemeinde in der Provinz Drente, auf. Sie besuchte das Arteneum, studierte einige Jahre niederländische Literatur an der Reichsuniversität Groningen und schloss schließlich das Studium an der Akademie für Kleinkunst in Amsterdam ab. Ihr Filmdebüt gab sie 1991 in dem Kurzfilm De Tranen van Maria Makita von Paul Ruven. Für diese Rolle wurde sie im gleichen Jahr für den niederländischen Filmpreis Goldenes Kalb nominiert. Danach war sie in zahlreichen niederländischen und deutschen Fernsehserien und Filmen zu sehen, wie Pleidou Eu, Costa und Wilder Westerwald. Im Fernsehfilm Das Leuchten der Sterne spielte sie eine Mutter eines todkranken behinderten Jungen. Als Sängerin tritt Ten Damme als Solokünstlerin und zusammen mit der Band Sowjet Sex auf. Mit der Single Vegas gelang ihr in den Niederlanden ein Chartervolk. 2005 nahm Ten Damme mit dem von Udo Lindenberg komponierten Titel plattgeliebt an der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest teil. 2008 trat sie bei der Udo Lindenberg – Stark wie zwei – Tour als Sängerin auf. Sie sang auch in verschiedenen Programmen mit der Big Band von Konrad Kozelek, zuletzt in The Concert To End All Wars. 2010 war sie Model für den Dessous- und Wäschehersteller Mai. Ellen Ten Damme war mit dem Schauspieler Markus Knüffken verheiratet. Untertitelung des ZDF, 2020